Klick-After-Work, der Feierabend-Podcast rund um das Klick-Ecosystem, mit Robby und Dennis. Hi und schön, dass ihr wieder in der Klick-After-Work-Bar vorbeischaut. Nach den letzten heißen Tagen bin ich froh, dass es bei uns in der Bar angenehme 22 Grad ist und man es hier echt gut aushalten kann. Ich sehe, Robby ist auch wieder mit dabei. Robby, hast du eine Abkühlung gesucht? Das ist schön, dass du mich siehst. Hi Dennis, grüß dich. Ja, zum einen, ich habe nirgendwo so schön kühl wie in unserer tollen Bar hier mit 22 Grad. Aber ja, ich habe eine Abkühlung versucht zu suchen. Ich hatte es ja bei einem der letzten Podcasts erwähnt. Ich wohne aktuell in meiner neuen Wahlheimat Berlin, in der es, glaube ich, wie in vielen Städten aktuell unfassbar heiß ist. Habe hier eigentlich ein Stück weit meinen Urlaub verbracht und habe hier auch die ein oder andere unnützes Wissen für dich mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt direkt am Anfang teilen wollen, aber erzähl mir doch vielleicht erst mal, was du die letzten Tage gemacht hast. Wir wissen ja von der letzten Folge, dass du dich in den Urlaub begeben hast und deine Heimat verlassen hast. Wo warst du? Ja, also danke der Nachfrage. Ich war im Urlaub. Wir waren an der Deutschen Nordsee. Um genauer zu sein, war ich auf Föhr, also die Insel neben Sylt. Wir haben natürlich auf die anderen Inseln auch mal einen Abstecher gemacht. Es war für mich ein extrem schöner Urlaub, muss ich sagen, weil es auch irgendwo so ein bisschen der Ausbruch war aus dem Leben, was wir aktuell haben. Das ist so ein bisschen dieses Isoliertsein, was wir so jeden Tag ein Stück weit erleben. Was ich aber wirklich interessant fand, wenn man sich gerade Sylt mal anschaut, dann stellt man fest, dass dort verschiedene komische Tankschiffe umherfahren. Und zwar ist es so, dass Sylt abgetragen wird. Fand ich war ein interessanter Funfact, den man da so mitgenommen hat. Das bedeutet, die Strömung in der Nordsee ist so stark, dass quasi der Sand der Inseln, also auf denen die Insel dann auch positioniert ist, dass der Sand wandert. Also der wird abgetragen, wird woanders hingebracht. Und das bedeutet, dass wir, wenn das so weitergeht, in Zukunft die Insel nicht mehr haben, beziehungsweise die Inseln vielleicht dann irgendwo in Dänemark rumstehen oder ins Festland gespült werden. Jetzt hat aber die Insel da, oder die Inseln, eine wirklich kreative Lösung gefunden. Und zwar gibt es diese Schiffe, die saugen den Sand quasi wieder am Meeresboden auf und bringen den über einem Pipeline-System an den Strand, wo der Strand abgetragen wird und schütten ihn da neu auf. Das Ganze hält wohl drei Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Sieht aber extrem witzig aus, wenn man sich das Ganze mal aus der Entfernung betrachtet oder anschaut. Und was ich auch noch ganz witzig finde, wenn man so ein bisschen genauer darüber nachdenkt, ich meine, den teuersten Quadratmeter in Deutschland, glaube ich, haben wir auf Sylt. Und man kann, glaube ich, guten Gewissens behaupten, der wandert. Vielleicht haben wir ihn irgendwann in Dänemark. Aber Robby, was hast du gemacht? Ich habe tatsächlich mich in Berlin umhergetrieben, habe mich auf meinen Drahtesel geschwungen und habe versucht, mal neben den ganzen klassischen Touristen-Hotspots wie dem Brandenburger Tor und den verschiedenen Museen das mehr oder weniger unbekannte Berlin zu entdecken. Und da gibt es wirklich schöne Sachen wie den Berliner Mauerradweg, den man die ehemalige Berliner Mauer komplett abfahren kann. Oder auch den Berliner Unterwelten e.V., in dem man gerade bei diesen extrem heißen Temperaturen wirklich spannende Geschichten aus der Geschichte Berlins unterhalb des Horizonts quasi erleben kann. Ich habe für dich drei Fakten, die sind zwar unnütz, die merkt man sich immer besonders gut. Zum Ersten, du kennst ja die Siegessäule wahrscheinlich, die mit der Gold, also die Berliner sagen Goldelse, das ist die, die mitten in Berlin steht. Schon mal gesehen, ja. Genau, die Goldelse oder die Viktoria, wie sie eigentlich heißt, erster Funfact oder unnützes Wissen, Schuhgröße ist 92. Also die Dame lebt auf sehr großem Fuß, das ist der erste Wissen, was unnütz ist. Also Maßanfertigung. Es ist definitiv aus Gold, Blattgold eine Maßanfertigung, richtig. Dann die nächste Sache, es gibt 1600 Dönerläden in Berlin, also nur in Berlin. Und es werden pro Jahr 70 Millionen Currywürste in Berlin verspeist. So, das ist doch, ich kann nicht ganz mithalten mit deiner Information, das gebe ich zu. Ja, aber damit hätten wir ja unseren Bildungsauftrag, denke ich, ganz gut ausgeführt. Aber Dennis, ich bin etwas irritiert. Ich dachte, du würdest direkt mit der Tür ins Haus fallen jetzt hier. Ist dir das aufgefallen in unserer Bar? Also erstmal habe ich mich natürlich gefreut, dich nach der ganzen Urlaubszeit wiederzusehen, mit dir zu sprechen. Aber doch, mir ist was aufgefallen. Und zwar steht hier so eine Gerätschaft rum, mit der ich noch nicht ganz viel anzufangen weiß. Und ich habe dich so ein bisschen im Verdacht. Das ist immer eine gute Kombination, wenn du mit Gerätschaften sprichst und dann direkt sagst, das muss ich mir zu tun haben. Aber du hast recht. Beim letzten Mal. Soll ich den mal beschreiben für den Zuschauer? Das sind ja quasi nur ein, auf der Tonspur quasi zu hören und nicht zu sehen. Also von daher, also was haben wir jetzt hier stehen? Wir haben jetzt hier ein Kessel stehen. Dieser Kessel hat quasi eine Verbindung zu einem zweiten Gefäß. Scheinbar wird dieser Kessel erhitzt. Irgendwie scheint er auch aus Kupfer zu bestehen. Und das zweite Gefäß ist deutlich kleiner als das erste Gefäß. Ja, und es ist kein Atomsprengkopf, das kann man vielleicht noch sagen. Ah, okay, ja. Das ist doch relativ breit erklärt. Aber du hast es genau richtig beschrieben. Es ist, Trommelwirbel, eine Destille, die ich während deines Urlaubs natürlich nicht allein, weil sonst wäre das jetzt zu gefährlich, glaube ich, in unserer Bar, aber mit tatkräftiger und professioneller Hilfe eingebaut habe. Entschuldigen Sie, meine Herren, Ihr Gast ist eingetroffen. Hi und schönen guten Abend, Boris. Hi. Ich freue mich, oder wir freuen uns sehr, dass du erstmalig heute in unserer Click-After-Workbar dabei bist. Ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für eure Einladung, Robby. Hat mich natürlich auch riesig gefreut, dich bei der Renovierung und dem Einbau dieses neuen Geräts für euch zu unterstützen. Ja, Geräte ist wohl das richtige Wort. Ich bin heilfroh, ehrlich gesagt, dass ich jemanden neben mir hatte oder an meiner Seite hatte, der, was sagt meine Freunde immer zu mir, eher zwei linke Hände, dass ich jemanden hatte, der wirklich richtig Ahnung hat von dem Thema, was wir hier vor uns haben, die Destille. Vielleicht erklärst du mal unseren Zuhörern und auch Dennis, der ja die ganze Zeit auf diesen Kupferkessel schaut, was ist das eigentlich, was ist eine Destille und noch viel wichtiger, was hat denn bitte schön eine Destille mit dem Thema Datenintegration und Datenanalyse zu tun? Ja, also nachdem du mich gefragt hast, ob ich dir bei einem Problem helfen kann, das momentan sehr relevant ist, nämlich wackelige Lieferketten in Zeiten einer globalen Pandemie, müssen wir natürlich sicher gehen, dass ihr hier nicht trocken lauft. Und da hilft eigentlich immer nur selber machen. Ich habe gehört, in Deutschland darf man das auch, zumindest bis zu einem Vordestillatvolumen von 500ml ist das überhaupt kein Problem. Was so eine Destille macht ist, also das funktioniert sowohl für Schnaps, da kennt man es glaube ich, oder so kennt die breite Menge es her. Du meinst den Ohrpass schwarzgetragen, oder was meinst du? Genau, zum Beispiel. Oder natürlich auch normalen Whisky etc. pp. Also alles, was irgendwie vergoren und nachher zu hochprozentigem verarbeitet wird, läuft ja durch eine Destille früher oder später, würde ich mal behaupten. Genau, aber jetzt in anderen Kreisen, zum Beispiel unter Chemikern oder Prozesschemikern, benutzt man das natürlich auch, um aus Mischungen unterschiedlicher Flüssigkeiten und Feststoffe eine Flüssigkeit heraus zu destillieren, die halt genau diese Essenz ist von dem, was man haben möchte. Die unterscheiden sich dann nach unterschiedlichen Siedetemperaturen, also Temperaturen, bei denen sie kochen. Und dann kann man einfach messen, okay, wie viel Grad hat der Dampf, das ist jetzt das Zeug, was ich haben will, und dann fange ich das auf. Und das schlägt ja auch eigentlich eine sehr gute Brücke, okay? Jetzt wird der eine oder andere, wird sich wahrscheinlich denken, hm, ist das jetzt ein Naturwissenschaftspodcast, den die, den Robby und Dennis da quasi gestartet haben? Nein, ist es nicht, aber du hast eine deiner Rollen quasi damit an die Oberfläche gefördert, sagen wir es mal so, du bist Chemiker und auch promovierter Chemiker, von daher hallo Herr Doktor. Ja, und du hast aber auch noch weitere Rollen inne. Und zwar bist du Head of Sales bei der Inform, also ein Click-Partner, und du bist Click-Luminary. Also du hast von Daten und Analyse verdammt viel Ahnung. Jetzt, wie hat nochmal, also was hat jetzt Chemie, diese Destille, was hat das Ganze mit Analyse zu tun? Buches, hilf mir, pass aus, als wir jetzt selber unseren Schnaps brennen. Ja, die Anliegen zur Erklärung ist natürlich, auch Chemiker müssen Analyse machen, ja? Man kann ja Atome und Moleküle nicht sehen, sondern man kann nur Werte messen und dann überlegen, okay, passt das, was ich jetzt hier gemessen habe, zu dem, was ich erwarte, ja? Ja, und das ist jetzt so ein bisschen die einfache Erklärung, aber ich glaube, das Thema rund um Destillation passt daher gut, weil man hier natürlich auch einfach aus einer Mischung vieler unterschiedlicher Daten, die man über Integrationsverfahren miteinander verknüpft, eine Grundmenge schafft, die jetzt erstmal einfach eigentlich genauso unübersichtlich ist, wie die Rohdaten, von denen ich gestartet bin, nur dass sie halt jetzt anfangen, miteinander zu reden. Dann kann ich natürlich auch mit Prinzipien, die wir ja dann im Bereich Data Analytics beispielsweise umsetzen, mich auch daran machen, die Essenz, also das Destillat, nämlich die Erkenntnis aus diesem, ja, Datensumpf, dann entsprechend herauszudestinieren und damit dann natürlich all die Dinge tun, über die wir in diesem Podcast oder ihr in diesem Podcast in der Regel auch redet. Also kurz gefasst, Data Destillation, wir machen aus Dateninformationen, ja? Ich glaube, so kann man es fast schon beschreiben, ne? Daten Destillationen klingeln. Soll ich dem parallel vielleicht sicherheitshalber mal diesen Ausdruck direkt irgendwie eintragen als Marsch? Schützen, ja, Data Destillation. Der Boris, der kann nicht nur Destillen bauen, der hat das Ding direkt angemeldet. Schwierig wird es nur, wenn dann wahrscheinlich ab nächster Woche irgendwie das Telefon bei euch bei der Inform klingelt und wir hätten da mal ein Data Destillation Projekt, haben sie Lust, das zu machen? Noch schlimmer ist, wenn bei euch einer klingelt und sagt, hey, ihr habt gesagt, ich darf 500 Milliliter ohne Anmeldung destillieren. Wir werden nur so lange da Informationen bei rauspurzeln, ne? Na gut, aber jetzt, wie gesagt, wenn wir nun bei der Wissenschaft bleiben, dann gibt es ja gerade neben der Naturwissenschaft auch die Datenwissenschaft. Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Und ich glaube auch, das haben wir gerade ja auch schon gesagt, du bist Head of Sales bei der Inform, Partner aus Aachen, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Und zu euren Speziellbereichen, die ihr bearbeitet, zählt ja auch der Bereich Data Science, also die Datenwissenschaft, mit der ihr euch auseinandersetzt. Und ich glaube gerade, das Thema Datenwissenschaft und Data Science ist für viele Unternehmen ein schwierig zu greifender Bereich, beziehungsweise ein Bereich, wo man sagen kann, okay, das ist für die Leute auch schwierig zu realisieren aus ganz verschiedenen Gründen. Und wie helft ihr jetzt, also wir kommen wieder zurück zur Wissenschaft, wir kommen zu den Datenwissenschaften, wir kommen zu Inform, zum Head of Sales. Warum oder wie helft ihr Unternehmen bei derartigen Herausforderungen? Also das Wichtigste ist natürlich, neben dem Sales betreue ich auch den Pre-Sales, also halte noch einen gewissen Funken am Technischen. Das Wichtigste, ja, das habe ich verstanden, das habe ich mir gemerkt, Boris. Das Experimentelle. Nein, also ohne Spaß. Data Science oder das, was halt viele Menschen unter Data Science einordnen, nämlich so Disziplinen rund um Künstliche Intelligenz, Machine Learning. Das Feld Data Science ist natürlich deutlich weiter, aber in der Regel werden diese Begriffe darunter verortet. Bietet natürlich unglaublich schöne Möglichkeiten, mit großen Mengen an Daten auch noch weitere Dinge zu tun, als jetzt strikte Datenvisualisierung. Ja, also bei Datenvisualisierung hast du ja Verdichtung, Aggregation von Informationen, sodass Menschen sich diese Informationen anschauen können, unter Umständen Muster erkennen, daraus dann Entscheidungen ableiten und dann in irgendeiner Form ihr oder das Leben anderer Menschen besser machen. In Form von Data Science ist es so, dass man halt noch viel größere Mengen an Daten einer Analyse zugrunde legen kann, weil wir natürlich hier eine Maschine haben, die uns bei der Analyse unterstützt. Ja, diese Verdichtung, diese Mustererkennung und so weiter, das kann dann ein Algorithmus machen, beispielsweise ein Machine Learning Algorithmus. Und damit helfe ich jetzt dann natürlich Menschen auf Grundlage von noch größeren Datenmengen Entscheidungen zu treffen. Also macht ihr dann Beratung? Also so nach dem Motto, so hey, wir würden gern so ein bisschen irgendwie unsere Umsätze forecasten. Ich weiß, ein bisschen fiktiver Use Case, aber dann rufe ich quasi bei euch an und ihr sagt, ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Wir helfen euch bei der Erstellung der Modellierung, bei der Wahl des richtigen Modells und nehmen das in Betrieb. Kann ich mir so vorstellen? Genau, ja, aber ich meine, du kennst das ja genauso gut wie ich. Diese Projekte setzen sich in der Regel damit auseinander. 80 Prozent der Zeit sucht man die Daten und bereitet die Daten auf, versucht eine vernünftige Datenqualität herzustellen, um dann später die Datenwertschöpfung zu betreiben. Das ist an dieser Stelle genauso. Natürlich noch ein bisschen intensiver zu treiben. Ja, und das ist eigentlich dann auch der Rahmen oder gehört mit zu dem größten Rahmen, den wir dann in dem Zusammenhang auch in Form von Dienstleistung anbieten. Am Ende steht natürlich immer ein Vorhersagealgorithmus oder ein Klassifikationsalgorithmus oder irgendein anderes Modul, das dann einem Unternehmen beispielsweise zur Verfügung gestellt werden kann, um irgendwelche Muster zu erkennen, Anomalien zu erkennen oder genau wie du gesagt hast, halt einen Forecast zu erstellen. Ja, aber unsere Dienstleistung ist jetzt halt nicht nur das Bauen dieser Elemente, sondern natürlich auch bei der Findung der Daten, die für diesen Use Case relevant sind, vielleicht auch sogar beim Definieren des Ansatzes zur Beantwortung der Geschäftsfrage, die sich das Unternehmen stellt, zu unterstützen. Also eigentlich das gesamte Spektrum rund um die Wertschöpfung aus Daten im Kontext Datenwissenschaft oder Data Science. Da hätte ich in dem Zusammenhang vielleicht eine Frage an dich, Boris. Wir sprechen ja über das ganze Thema eben jetzt hier datengetriebene chemische Reaktion. Vielleicht magst du mal mit uns teilen, was dir von den letzten Monaten im Kopf geblieben ist und ein Beispiel mal zu geben, damit es konkret wird. Vielleicht ein Beispiel im Kundenkreis, um natürlich Namen zu nennen oder im Freundeskreis, über ein erfolgreiches Projekt, was eben genau dieses Thema datengetriebene chemische Reaktion ganz gut beschreibt. Also eins meiner Lieblingsprojekte, über das ich in dem Zusammenhang Datenwertschöpfung und auch Data Science sehr gerne rede, ist eins, wo wir einem Unternehmen, die auch jetzt nicht nur wertschöpfend unterwegs sind, sondern sich auch um ihre Abfälle und die Umwelt kümmern müssen, unterstützt haben. Bei den Menschen oder bei dem Unternehmen haben wir entsprechend geholfen, ein Sensorsystem im Kanalsystem des Unternehmens dann entsprechend mit zu monitoren. Die Herausforderung hier ist, dass in einer betriebseigenen Kläranlage natürlich Mikroorganismen leben. Die konsumieren dann Schadstoffe, die in dem Abwasser dann enthalten sein können. Diese Mikroorganismen sind aber auch ziemlich ein Pienzien, wenn es darum geht, dass sie mal irgendwie was schlecht Verdauliches bekommen. Ja, und das Blöde bei so einer Kläranlage ist, ist, wenn der Bakterienzoo, der da drin lebt, mal hin ist, dann dauert das eine ganze Weile, bis die wieder auf einem Niveau sind, wo sie auch, ich sag mal jetzt, tatkräftig zubeißen können. Also das kann bis zu neun Monate dauern. Das heißt, wenn die Kläranlage einen Norovirus hat, dann ist es zu schwierig. Ja, zum Beispiel, genau. Und deswegen ist es natürlich wichtig, frühzeitig zu erkennen, hey, gerät gerade etwas in das System, in das Abwassersystem, was da nicht hingehört und dazu führen kann, dass wir hier jetzt nachher einen längeren Stillstand haben. Ja, und solche Projekte, wo du dann sagst, okay, statt dass ich jetzt mehrere Menschen habe, die permanent irgendwie auf Werte schauen und gucken und ausreißen, kommst du dann halt zu einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich hier gerade eine Parameterentwicklung, die in der Vergangenheit häufiger zu Fällen geführt hat, wo man vielleicht mal eine Schleuse zumachen musste. Dann greife ich jetzt schon ein, bevor ich nachher wieder Tanks auffüllen muss und die unter Umständen Kosten intensiv bei einem meiner Wettbewerber entsorgen. Wie wurden da die Daten genommen? Also habt ihr da mit Sonden irgendwo gearbeitet oder irgendwelche Messsonden, die dann quasi das Wasser messen und dann geht das quasi in den Algorithmus rein und dann gibt es Ergebnisse, die dann visualisiert werden? Genau, also es ist ja so, dass eigentlich, also selbst auch hier im kommunalen Wassersystem wird ja gemessen, ja, also läuft der Kanal gerade über und so weiter. Also das passierte schon immer, weil ja die Menschen auch heute oder jetzt auch in der Vergangenheit schon aktions- oder reaktionsfähig sein mussten. Ja, nur ist es jetzt so, dass das dann beispielsweise über GSM übertragen wird und nicht in Echtzeit beispielsweise, sondern nur in Batch. Das ist dann natürlich blöd, wenn man sechs Stunden später rausfindet, okay, das hätte ich wissen können, ja. Und da unterstützen wir dann natürlich auch einfach bei der Überlegung, hey, wie könnte man so einen Prozess streamlinen, um diese Daten dann entsprechend etwas attraktiver und effizienter zur Verfügung zu stellen, um solche Use Cases dann natürlich auch zu lösen. Vielleicht so ein bisschen so deine nächste Rolle, jetzt hatten wir gerade den Head of Sales oder auch wie du ja gerne sagst, Head of Pre-Sales. Wir hatten den Chemiker, jetzt haben wir aber noch den dritten Charakter zu quasi in dir, die dritte Person und zwar den Click-Luminary. Und in deiner Rolle als Click-Luminary, vielleicht bevor wir da starten, in der Rolle als Click-Luminary, was ist eigentlich so ein Click-Luminary? Magst du das mal kurz einmal vor, irgendwie kurz erklären? Gerne. Also Click wählt aus seinem Kreis von Anwendern und Anwender fasst eigentlich alles zusammen. Also es sind Partner, Kunden, Entwickler und Menschen, die im Unternehmen einfach dafür sorgen, dass die Marke Click oder das Unternehmen Click entsprechend draußen gestärkt wird. Also so kann man das ja sagen, unter dem Begriff Luminary versteht man ja eigentlich eher so eine Leuchtfigur oder einen Leuchtturm. Ein Botschafter. Ja, jemand, der die grüne Lampe in die Nacht strahlt, kann man sagen. Ja, es geht im Prinzip einfach darum zu sagen, hey, ich nehme mir dieses Produkt, diese Plattform, ich mache da irgendwas Geiles draus und gehe damit raus und erzähle es den Leuten. So, das hat natürlich auf der einen Seite, ich meine unter uns müssen wir uns nichts vormachen, auch einen Marketing-Benefit für euch. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich damit meinen Spieltrieb stillen kann und dadurch gibt es sich natürlich auch eine extrem gute Synergie, die dann halt auch dazu geführt hat, dass ich zu einem dieser, inzwischen sind es glaube ich knapp über 130, Luminaries geworden bin, die von der Click dann entsprechend jährlich gewählt werden und ja, dieses Jahr sogar das zweite Mal in Folge dann entsprechend da dabei sein darf. Oder jemand, der einfach die goldene Destille in irgendeiner Bar aufbaut. Ja, dafür gibt es andere Auszeichnungen. Das gehört auf jeden Fall mit ins Aufgabenheft eines Luminaries, da mache ich mich stark dafür. Aber warum die Rolle und was machst du in deiner Rolle, sehe ich zum Beispiel sehr, sehr häufig, ich meine, ich folge dir auf LinkedIn und du hattest letztens noch eine Post, eine Posting-Reihe zum Thema Datenstrategien gemacht. Ich glaube, es war auch eine sehr erfolgreiche Posting-Reihe, die du da gestartet hast, also mit vielen Kommentaren und vielen Leuten, die das gelesen haben. Also von daher auch so ein bisschen Shoutout, Dr. Boris Michel, einfach mal auf LinkedIn die Kommentare beziehungsweise die ganzen Publikationen verfolgen, die du da so formulierst. Das ist extrem wertvoll. Ich persönlich finde die Ausführung, wie gesagt, extrem gelungen. Aber wie kommst du zu deinen ganzen Themen? Also das wundert mich immer wieder. Wenn ich mir überlege, möchte ich etwas publizieren, dann stehe ich manchmal schon da und sage, jetzt habe ich so einen leichten Themenhänger. Also wie kommst du da an so viele unterschiedliche Themen, weil du publizierst ja auch viel. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Blumen. Auf der anderen Seite bist du natürlich hier mit so einem Podcast in der Creator-Welt auch ganz gut angekommen. Von daher denke ich mal, bist du... Wie war das? Oh, sollen wir das nochmal machen? Nee, also folgendes. Also wenn ich mich mit meinen Themen... Bei uns wird nichts geschnitten. ...und Fragestellungen auseinandersetze. Es gibt eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Themen. Also ich weiß nicht, ob du dir mal meine älteren Posts angeguckt hast. Also ich habe mal früher ja eher technischer geschrieben. Ja, ich habe ja zum Beispiel auch mal einen Artikel über QuizSense geschrieben. Also so ein Chatbot, den ich gebaut habe, der dir aus einem Klick-Dashboard automatisch im Prinzip ein Spiel baut. Wo du dann deine Kennzahlen zugeschickt bekommst, zusammen mit zwei oder drei Dummy-Werten. Und dann musst du erkennen, welche von denen die richtige ist. Und beispielsweise auch so ein QR-Code-Generator, wo du einfach auf ein Blatt gehen kannst mit Selektionen, drückst du auf den Knopf und kriegst einen QR-Code, der dich wieder genau mit den gleichen Selektionen aufs gleiche Blatt bringt. Das war so die Zeit, in der ich halt auch wirklich selbst noch viel programmiert habe. Jetzt setze ich mich viel mit strategischen Themen auseinander und Fragestellungen. Hey, wie kann man denn den Wert von Daten in der Welt, also in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft und vor allem bei Menschen... Ja, da kam halt auch dieses Thema Datenstrategie und dann in dem Kontext Bring the People. Also wie begeister ich Menschen nachhaltig für das Thema und sorge auch dafür, dass sie halt das dann auch anwenden möchten. Ja, beschäftige mich hauptsächlich im Augenblick mit diesen Themen und so generiere ich eigentlich meinen Content. Ja, also wenn du dir jetzt meinen Blog anguckst, alchemist.net, dann findest du da wirklich einfach durch die Bank technische Sachen in Fragestellung von irgendwelchen Paradigmen. Ja, einfach Gedanken, die ich mir mache und die jetzt halt auch wirklich täglich dann unterschiedlich sein können, formuliere ich einfach aus und hau das raus. Ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich muss gerade immer daran denken, wir kennen uns ja noch nicht so lange, Boris, aber den Dennis kenne ich recht lang und der hat immer von Daniel Düsentrieb gesprochen. Der Daniel Düsentrieb des Klick-Ökosystems. Da musste ich immer sagen, wer ist denn Daniel? Also ich weiß natürlich, wer Daniel Düsentrieb ist, aber Dennis, vielleicht nimmst du den Fakt nochmal auf und spielst das nochmal dagegen, wie das eigentlich kam und man kann vielleicht auch der Boris nochmal ein Stück weit dazu sagen, wie eigentlich dieser Begriff eigentlich auf den Boris geprägt wurde von uns. Das ist gleich eine Rechtfertigung zum Boden. Also ich glaube, bevor wir in das Thema einsteigen, sollen wir noch ein Getränk zu uns nehmen? Punkt, das ist eine hervorragende Idee. So, wir machen jetzt die letzte Runde. Darf es für Sie noch etwas sein? Was darf ich euch denn bestellen? Oder ihr könnt es auch selber bestellen. Also ihr seid ja groß genug. Ich kann nur die Distille nicht bedienen. Boris, bitte. Ja, da da Pilz heute ja aus ist, hätte ich gerne einen Moskau Mule, bitte. Okay, sehr schön. Gute Wahl. Ich habe natürlich, ich kann nichts anderes trinken jetzt als den selbst gebrannten, ein Marillenschnäpschen. Der Boris ist ja nicht nur Daniel Düsentrieb und hat eine, wie hat Dennis das gesagt, eine dreifache Persona, sondern er hat uns auch noch ganz tolle Früchte mitgebracht aus seinem Garten. Und dementsprechend hätte ich gerne einen kurzen, dementsprechend bitte. Ich mache das genauso kurz, ich nehme auch einen kurzen. Sehr gut. Ich kriege dir dann nachher Schizophrenie-Anfrage. Prost. Zum Wohl. Prost. Also, wo wir jetzt so zusammensitzen. Daniel Düsentrieb, was meine ich damit? Und zwar, wie gerade schon Robby gesagt hat. Ich bin mal zu Robby gegangen und habe gesagt, du musst mal mit dem Daniel Düsentrieb sprechen. Ich meine, du hast ja extrem viele technische Lösungen zusammengebaut, wie du gerade gesagt hast. Chatbot, QR-Code, Quiz. Und du hast eine Erfindung, von der du mir erzählt hast, die fand ich sehr witzig. Also erstmal, rein technisch gesprochen, ist sie überhaupt nicht witzig, sondern nützlich. Du hast halt eben Raspberry Pis, also diese kleinen Entwicklungscomputer, die man extrem günstig kaufen kann. Hast du quasi mit Klick bespielt und hast sie quasi verwendet, um auch quasi Datenanalyse zu machen. Also einfach versucht, irgendwie Hardware weiter auszuschöpfen. Fand ich cool. Und was war denn, also ich spiele jetzt natürlich auf eine spezielle Geschichte an, aber erzähl du sie am besten. Was war denn deine, sagen wir mal in Anführungszeichen, lehrreichste Idee, die du da hattest? Also ich glaube, von der Idee erzähle ich gerne. Ich glaube, die lehrreichste war sogar eine andere. Aber da können wir, vielleicht haben wir Zeit und können wir auch darüber noch kurz reden. Bei den Raspberry Pis war es so, ein Kollege von mir, der Thomas Gore, der hat an iBeacons gearbeitet. Kennt ihr das? Sagt euch das was? iBeacons? Es klingelt, aber ich habe kein Bild. Genau, iBeacons sind so autonome Bluetooth Beacons, ja, so Sender. Das sind im Prinzip einfach so Knöpfe, die pappst du irgendwo hin und die senden einfach die ganze Zeit ein Hallo-ich-bin-da-Signal. Das können die für mehrere Monate einfach auf einer Batterie machen mit dieser Bluetooth Low-Energy-Technologie. Fieber, Robby. Der sendet halt aber auch nur 16 Stunden, ja. So, jetzt zurück zum Thema, bitte, danke. Die Idee bei diesen iBeacons ist, die funktionieren halt zum Beispiel, erkennen deine Telefone, dass Beacons in der Nähe sind. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber bei Ikea beispielsweise war diese Technologie, soweit ich weiß, im Einsatz, sodass du halt mit so einer Katalog-App durch den Laden laufen konntest. Und da ihr da drin ja kein GPS habt, haben die Beacons dann gesagt, hey, ich bin hier in der Nähe, ich zeige dir jetzt mal die Angebote oder was hier gerade liegt und so weiter und so fort. Option für einen Kallax-Schrank oder zum Beispiel. Wobei, egal, ist auch egal. Und das hat uns, wir haben ja auch viele Maschinenbauerkunden und die haben natürlich immer so die Fragestellung Richtung ortsbasierten Kennzahlen. Also ich möchte jetzt mal wissen, was läuft gerade auf dieser Maschine oder was liegt hier in diesem Lagerplatz. Und die Idee war, dass man sagt, ich laufe hier mit meinem iPad durch die Gegend und auf dem habe ich meinen Klicksense und wenn ich so ein Beacon messe, dann mache ich eine Selektion. Das hat auch super funktioniert. Ich komme jetzt auch wieder zurück zu den Raspberry Pis, keine Sorge. Nur was ich mir gedacht habe, ist, vielleicht kann man das ja auch umgedreht machen, dass man ein Beacon zu einem iPad bringt und das iPad merkt, hey, da ist jemand. Die Idee ist zum Beispiel, keine Ahnung, also ich habe irgendwie ein iBeacon, trage das zu einem Computer und der macht mir eine Selektion zu dem iBeacon. Da habe ich gedacht, aber das ist ja eigentlich gar nicht so sinnvoll, weil wir haben ja eh alle ein iBeacon in der Tasche, nämlich unser Telefon in Form von einem Bluetooth- und WLAN-Sender und so weiter. Ich kann auch zu einem Raspberry Pi rennen. Der rafft dann, okay, hey, hier, diese MAC-Adresse, also die Adresse von deiner Netzwerkkarte, in dem Fall der Bluetooth-Karte, ist ja immer eindeutig. Eindeutig, genau. Und dann könnte ich so etwas machen wie, Robby kommt morgens rein, steht vor so einem Monitor und der Monitor zeigt ihm jetzt seine Vertriebskennzahlen an. Ja, ich weiß, die Monitore sind nicht groß genug für diese Zahlen, aber das war jetzt im Grunde die Idee. Ja, also man hätte dann natürlich einfach so Sachen machen können wie, hey, ich zähle zum Beispiel auch Telefone, die vorbeilaufen und mache da mit Analytics, aber die Idee hier war tatsächlich zu sagen, hey, okay, ich erkenne ein bestimmtes Gerät und zeige jetzt dann für dieses Gerät relevante Kennzahlen an. Hat auch relativ gut funktioniert. Cool, ja. Okay. Und was, also gibt es da ein Learning daraus, also war das im Prototyp oder wäre das das, was man natürlich auch den Dreisatz weiterdenkt und sagt, das wäre ein Einbindungsfall vielleicht auch für unsere Zuhörer? Also das ist ein Prototyp, der auch weiterentwickelt wurde. Ich hatte das auch mal bei ein, zwei Kunden angesprochen, aber das ist natürlich schon relativ, ja, ich sage mal, High-Level speziell, genau. Und dadurch kam das da jetzt halt über so ein reines, reines Interesse hinaus, nie zu einem bezahlten Einsatz von der Technologie. Aber die, die existiert, wenn da jemand Interesse dran haben sollte, können wir uns dazu gerne austauschen. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, wenn man sich mit der Technologie einigermaßen auskennt, kann man das auch durchaus selber bauen. Sehr gut. Die lehrreichste Erfahrung, die ich mit Bastelei gemacht habe, war aber eine andere und das war etwas, Dennis, über das hatten wir uns auch lange ausgetauscht. Und zwar ist das Click-Alerting. Den Begriff darf ich ja natürlich nicht mehr benutzen. Das gibt es ja schon. Naja, ich hatte, wann war das denn? 2016, 17 hatten wir uns doch, glaube ich, auf der Connections getroffen. Da hatte ich dir das mal gezeigt, dass ich im Prinzip so eine einfachere Benachrichtigungs-Engine zusammen genagelt habe. Und die hat auch sehr gut funktioniert. Funktioniert sehr, sehr ähnlich oder eigentlich genauso wie das Click-Alerting, was ja jetzt inzwischen dann von Rocks.ai oder inzwischen euch auch entwickelt und vertrieben wurde. Die Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist, manchmal muss man auf solche Innovationen einfach vertrauen, an der Stelle investieren und das dann auch produktifizieren. Weil das ist natürlich nachher schon schade, wenn du siehst, wenn eigentlich das Produkt, was du irgendwie so selbst zusammengenagelt hast, dann später auch als verkaufsfertige Version im Laden steht, aber natürlich nicht dein Ticket drauf klebt. Ich glaube, der Punkt ist natürlich auch, dass man so ein Intellectual Property auch schützt, also sobald man quasi wirklich Ideen hat. Ich meine, jetzt sind wir irgendwo in einer Welt unterwegs, in der man ja auch viele Ideen hat, die man dann auch prototypisiert. Man mache ich in meinem Job relativ viel, machst du in deinem Job sehr viel. Aber das ist natürlich dann umso trauriger, wenn du feststellst, hey, diese Idee zündet und die war gut und die ist was wert. Ja, aber ich habe es nicht gesichert. Ja, das stimmt. Also ich meine, wir haben ausreichend Ideen, um uns abzusichern, aber das sind so Sachen, also das war für mich einfach so ein Augenblick, wo ich gedacht habe, okay, manchmal lohnt es sich bei solchen Dingen. Vor allem habt ihr ja auch häufig danach gefragt, so hey, was macht ihr damit und wollt ihr das nicht weiterbauen? Und ich hatte jeden Kunden, wir haben ja auch, glaube ich, mit einem oder zwei von deinen Kunden, Robby, mal über das Thema gesprochen. Und da wäre es natürlich einfach klasse gewesen, da weiterzumachen. Also so, das ist so, dieses Innovationstreiben hat mir viel gesagt. Und ich glaube, das wäre jetzt auch, wenn ich Innovationsmanagement betreiben würde, etwas, wo ich Raum und Möglichkeiten dann auch innerhalb meiner Organisation schaffen würde. Okay. Danke, dass du den Gedanken bei uns geteilt hast, weil das ist, glaube ich, auch mal ein anderer Aspekt, den muss man auch offen ansprechen, wenn man eben neue Sachen kreiert. Mut zur Lücke, ja. Boris, jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, nämlich zu unserer weltbekannten Click-After-Work-Playlist. Die neben der Lava-Lampe steht, ja. Die Playlist steht nicht neben der Lava-Lampe, aber unsere Jukebox steht neben der Lava-Lampe. Und darauf läuft unsere Playlist. Und was ich weiß, dass du einen sehr guten Musikgeschmack hast. Und deshalb bin ich unfassbar gespannt, welches Lied wir denn auf unsere Playlist packen können, die dann unsere Zuhörer bei Spotify sich anhören. Also ich habe lange darüber nachgedacht, Robby, und ich glaube, du weißt, ich hatte bestimmt auch die eine oder andere Idee, die ich dann verworfen habe. Also, aber da ich mit euch beiden rede, habe ich mir gedacht, ich packe darauf von Fury in the Slaughterhouse, Won't Forget These Days. Ah, okay. Sehr gut. Robby freut sich. Ich natürlich auch. Ja, das passt doch wunderbar. Wir fühlen uns geehrt, aber nur, dass das sicher ist, nur, dass wir dann die Destiller-Platte hier holen. Wenn ich dann auch wieder komme, dann habe ich das gesagt. Wir müssen gleich noch einen aufsetzen. So machen wir das. Gut. Ich glaube, so langsam neigt sich der Abend zu Ende. Ich denke, es war eine extrem lehrreiche Folge. Diesmal vielleicht auch so ein bisschen in einer anderen Konstellation mit einem sehr großen Gastanteil. Aber ich finde, die Geschichte, die du erzählst und auch deine Erfahrung, die du dir mit reinbringst, die ist extrem spannend, weil sie diese Transition vom Chemiker zu einer datengetriebenen Person irgendwo widerspiegelt. Also Chemie zur IT. Und es zeigt auch, dass es dort extrem viel gemeinsam gibt. Also vor allem gefällt mir auch dieser Begriff von der Data Destillation, der genau das beschreibt. Und den wir, glaube ich, also da musst du jetzt wirklich diese Rechte dran sichern. Nicht, dass da schon jemand anders kommt und sich das mitnimmt. Also vielleicht haben wir heute einen neuen Trendbegriff ins Leben gerufen. Ich finde diesen Begriff in jedem Fall extrem treffend und spannend. Und ich danke dir vielmals für deinen extrem interessanten Blickwinkel, den du heute mit uns geteilt hast und den du sonst auch mit uns natürlich teilst. Ich hoffe natürlich, dass die Leute jetzt dir deinen Blog einrennen, spannende Artikel lesen. Magst du nochmal Werbung machen? Wir schicken auf jeden Fall, genau, machen ein bisschen Werbung und wir packen auf jeden Fall auch die URL mit. Also wie gesagt, ich poste eigentlich alles auf meinem privaten Blog, Alchemist, also es ist ALCMST.net, aber auch auf LinkedIn. Also gerne einfach mit mir connecten oder ich glaube, den Content kann man auch einfach so sehen, bei mir auf der Seite vorbeischauen, reinschauen. Gerne Feedback dalassen, auch wenn es noch Interesse gibt. Und ich glaube, diese Story zwischen der Datenwelt und der Naturwissenschaftenwelt, das wäre vielleicht auch mal ein Post, den man zusammennageln könnte, würde ich dann vielleicht in der nahen Zukunft auch noch ausliefern. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, Boris. Danke, euch. Bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder ein. Bis bald. Prost und wir setzen jetzt ein. Tschüss. So ist es. Danke, Boris. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. 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 Das war CLICK After Work. Ihr Feierabend-Podcast rund um das CLICK Ecosystem. Lead with Data.